Was ist Resilienz? Es gibt Menschen, die nichts umhauen kann, weil sie immer Lösungen und Wege aus der Krise finden. Sie sind resilient. Der Begriff Resilienz kommt aus der Physik. Darunter versteht man die Fähigkeit eines elastischen Stoffes, sich in die ursprüngliche Form zurückzuverwandeln. Wie zum Beispiel ein Schwamm. Ein Schwamm ist resilient. Man kann ihn leicht zusammendrücken. Lässt man ihn wieder los, geht er in seine ursprüngliche Form zurück. Auch wir Menschen werden vom Leben manchmal so zusammengedrückt. Zum Beispiel durch Streit, Probleme, Liebeskummer oder Stress. Das setzt uns unter Druck und wir werden vom Leben zusammengedrückt wie ein Schwamm. Das kann man nicht verhindern. So ist das Leben. Wichtig ist, dass wir es schaffen, uns nach dem Zusammendrücken wieder zu entfalten. Wieder aufzustehen, wie ein Stehaufmännchen. Wie schaffen wir das? Wie werden wir resilient? Hier kommt die gute Nachricht. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Resilienz nicht unbedingt angeboren ist, sondern dass viele Fähigkeiten, die uns widerstandsfähig machen, erlernen kann. Bomden wir haben WDF dafür imchnitt wenigen Aufmerksamkeit. und on Vielen Dank.